Champions League Mittwoch. Acht Duelle, vielleicht acht Tipps, Radek? Ich glaube nicht, aber wir freuen uns trotzdem. Ich meine, tippen kann man immer, aber ob man dann darauf wettet, das ist eine andere Sache. Da sollte man sich ja vielleicht ein bisschen zurückhalten. Gerade wenn es in so enger Phase dann um so viel geht, da kann ja auch dann viel passieren und manche wachsen über sich hinaus. Charaktertest, Mentalität und, und, und. Bei Ajax Amsterdam gegen Bergamo ist das genau der Fall. Hinspiel 2 zu 2. Und eigentlich könnte Bergamo mehr oder weniger lockerer in dieses Gruppenfinale gehen, aber da haben sie sich selbst den Weg ein bisschen verbaut im Spiel gegen die Dänen. Ja und nein. Wenn wir uns auf die Tabelle mal konzentrieren, Bergamo mit zehn Punkten wären sie dann auch nicht weg gewesen, denn wenn Ajax das Spiel gewinnt, ist Bergamo draußen. Wenn das Spiel unentschieden geht, dann ist Bergamo so oder so in der nächsten Runde, bei einem Sieg sowieso. Das heißt, die peinliche Vorstellung vom letzten Champions League Spieltag spielt fürs große Ganze gar keine Rolle. Liverpool bereits weiter. Und hier muss man sich halt überlegen, wie gut ist Ajax? Wie können sie performen in diesem Spiel? Ich persönlich finde Amsterdam besser als Bergamo, aber es ist eine junge Truppe. Klar, sie haben unseren Ex-Bremer Claßen, der diese junge Truppe anführen kann, der Leadership-Mentalität zeigen kann. Und deshalb hoffe ich auf einen Sieg von Ajax, aber es spricht schon sehr, sehr viel für einiges an Toren und nun entschieden. Ich kann mich hier auch nicht wirklich entscheiden, wen ich hier jetzt bevorzuge. Also, sympathietechnisch bin ich da ganz bei Ajax, aber was den Ausgang des Spiels betrifft, kann alles passieren. Bei den Toren glaube ich jetzt auch, dass es keine gute Wette ist. Wenn man auf Over 3 keine Zweierquote bekommt, lasse ich in der Regel die Finger davon. Und von daher ist das hier ein Spiel mit zu vielen Möglichkeiten. Und daher ist das zum Wetten in meinen Augen keine so starke Sache. Liverpool spielt in Dänemark, hier hätte es ja fast das Wiedersehen Klopp und Dortmund gegeben, denn Dänemark war auf der Blacklist der Engländer. Jetzt nicht mehr, Corona anscheinend wieder alles in Ordnung. Sie können frei aufspielen, wie eh und je beide Teams. Es geht für beide Teams um gar nichts mehr. Viel spricht trotzdem dafür, dass sich die Klasse von Liverpool durchsetzen wird. Die Quoten, die sind natürlich heftig. Das ist auch klar, warum. Denn Liverpool, gerade mit Klopp, der ja Woche für Woche sagt, wie heftig die Belastung ist, der wird wahrscheinlich seine U18-Spieler oder so auflaufen lassen, wenn er dürfte. Von daher kann man es mal riskieren. Einfach bei Liverpool einen Zehner draufsetzen, schauen, ob man verdoppelt oder nicht. Weil so eine Quote wirst du gegen so ein schwaches Mützchenland nicht mehr bekommen. Ja, das stimmt. Und ich sage auch immer nur, weil eine Mannschaft irgendwen schont oder mit ein paar schwächeren Spielern oder mit der Belfe spielt, macht es die andere Mannschaft noch nicht zu einer guten Mannschaft. Und aus diesem Grund ist diese Quote von 2,1 auf Liverpool doch mit Handkuss zu nehmen. Da sind immerhin ein paar richtig gute Fußballer dabei. Bei Mützchenland ist dieser Beweis größtenteils noch schuldig geblieben. Bayern gegen Lok Moskau. Ja gut, da haben sie sich im Hinspiel in Moskau natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert, die Bayern. Jetzt haben sie gegen Leipzig auch 3-3 gespielt. Ob das so viel Kraft gekostet hat, dass sie jetzt hier gegen Moskau wiederum ein bisschen 2,1 gewonnen in Moskau habe ich jetzt irgendwie als unentschieden abgespeichert. Weiß auch nicht, warum ich der unentschieden Typ bin. Aber im Endeffekt ist die Quote auf Bayern höchst uninteressant, weil es für die ja auch prinzipiell nur noch um den Geldfaktor geht. Von daher ist der Sieg wahrscheinlich eher im kleineren Bereich für Bayern. Weil die Quote allgemein schon unattraktiv niedrig ist, würde ich hier von einem Asian Handicap absehen. Auf Lok zu setzen, fehlt mir jetzt auch irgendwie die Motivation, weil ich grundsätzlich eigentlich nicht gegen Bayern wette. Ja, für Lok geht es zumindest noch um die Euroleague, aber nach der Niederlage gegen Salzburg letzte Woche reicht auch nicht mal mehr ein Unentschieden. Sieg in München ist, glaube ich, im Reich der Träume irgendwo anzusiedeln mit FSK 18. Das andere Spiel ist äußerst interessanter. Bayern letzte Woche schon mit einer, in Anführungsstrichen, B11 bei Atletico Madrid erfolgreiches Unentschieden geholt. Von daher, lass uns doch zum anderen Gruppenspiel gehen, denn da können die Roten Bullen aus Salzburg, hört sich besser an, nämlich noch ins Champions-League-Achtelfinale kommen. Dank Thomas Müller, der den Ausgleich erzielt hat bei Atletico, würde jetzt einen Sieg reichen. Wer zehn Tore in der Gruppenphase schießt, hätte das doch auch verdient. Und Atletico spielt nicht so von den Champions-League-Auftritten, die wir bisher gesehen haben, wie die Jahre davor, eher eine enttäuschende Champions-League-Saison. Die müssen weiterkommen, die gehören irgendwie immer ins Achtelfinale. Aber auch im Hinspiel hat Red Bull schon gezeigt, dass sie mithalten kann. Deshalb finde ich, hier auf Über-Tore zu gehen, wenn die Quote passt, oder sogar auf einen 1x zu setzen, gar nicht mal so verkehrt, weil ich gönne es ihnen. Na gut, du gönnst es ihnen schön für die Salzburger, da werden sie jetzt ausflippen. Aber auf der anderen Seite 1x gegen Atletico zu setzen, da würde ich mal widersprechen, heftigst sogar, weil Atletico mit einer 2,25er-Quote echt eine gute Quote hat. Die wesentlich massivere Erfahrung, die in solchen krassen Spielen eine sehr wichtige Komponente ist. Und natürlich einen Trainer, der solche Situationen als Spieler und als Trainer schon mehrfach erlebt hat. Klar, die jungen Wilden gegen die alten Säcke, kann man vielleicht sagen. Aber Tore, ja, why not? Ich meine, da kriegst du eine Quote von 2,14, dass mehr als drei Tore fallen, bei drei Toren dann Geld zurück. Das ist okay, könnte man machen, die Salzburger mit 25 Toren in fünf Spielen, im Schnitt fünf Tore pro Spiel. Da könnte man auch sagen, über 4,5 Tore bei einer Quote von fünf, aber das war jetzt eher so ein bisschen spaßig gemeint. Egal. Ich würde in der Tat auf Atletico-Sieg setzen, weil, wie ich gesagt habe, die Mannschaft einfach ins Achtelfinale gehört. Und ich jetzt nicht von einer Salzburger Überraschung ausgehe. Aber die Wette auf Tore, ich glaube, da können wir uns besser einigen. Ich denke auch, die Wette auf Tore, die ist es. Die Quote von 2,25 auf Madrid kann man auch absolut mitnehmen. Ganz interessantes Spiel, in dem jeder einzelne Tipp absolut viel Sinn macht. Dann kommen wir zur anderen Todesgruppe, hier mit Inter Mailand, Schachtia Donetsk, Real Madrid und Borussia Mönchengladbach. Also hier muss man sich ja wirklich die Tabellensituation vor diesem letzten Spieltag nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Borussia Mönchengladbach ist Tabellenführer vor Schachtia Donetsk. Dann kommt Real Madrid, das es einfach nicht geschafft hat, Schachtia Donetsk zu besiegen, während Gladbach den einfach mal so zehn Tore reingeballert hat. Und Inter Mailand, die ja auch einen wirklich namhaften Kader haben und viel Geld dafür investiert haben, die sind hier nur Vierter mit fünf Punkten. Das ist mal die Ausgangslage und jetzt geht es hier wirklich um die Wurscht. Also, dass Inter zu Hause gegen Donetsk gewinnen kann und muss, sollte schon mal die Nummer eins sein. Jetzt ist die Frage, was für eine Quote gibt es drauf? Ich hätte gesagt, wenn man eine 2,1 oder 2,2 auf Inter bekommt, dann würde ich es nehmen. Bei einer 1,33 würde ich sagen, ja, da setzen die Leute auf den Namen Inter Mailand und die Buchmacher geben ihnen dafür dann die Quittung in Form einer lächerlich niedrigen Quote. Sieg möglich, klar, Quote, no value. Auf Donetsk zu setzen, würde ich aber hier natürlich auch nicht machen. Ne, man könnte überlegen, was ist Asian Handicap Plus. Donetsk hat ja gegen Inter, aber auch gegen Real Madrid sehr gut mitgehalten und zehn Tore von Borussia Mönchengladbach gekommen. Aber plus 1,5 reicht mir hier auch nicht für die Wette. Plus 2 ist die Quote zu schwach. Also, ich glaube, wenn Gladbach weiterkommt, dann liegt es daran, dass Donetsk nicht in Mailand verliert und in dieser Gruppe muss man als Fan einfach nur hoffen, wenn man Fan einer deutschen Mannschaft ist oder sagt, der Borussia soll einfach weiterkommen. Ja, oder der deutsche Fußball muss weiterkommen für den UEFA-Koeffizienten und die Champions League-Startplätze und so weiter. Aber klar, ich denke, hier gibt es wenige in Deutschland, die sagen, ich hasse Gladbach, vielleicht ein paar Kölner. Ansonsten denke ich, die meisten wären glücklich drüber, wenn Gladbach das schaffen könnte. Sie müssen gegen Real Madrid hier aber schon eine Sahnevorstellung zeigen, wie sie es in der letzten Zeit ja öfter geschafft haben. Aber da ist der Druck natürlich jetzt massiv. Ja, Millimeter haben ja gefehlt zum Unentschieden gegen Inter Mailand und dann wären sie schon eine Runde weiter gewesen. Leider, leider, leider. Das Schöne ist bei diesem Spiel, normalerweise sollte ein Unentschieden reichen, denn Inter wird ja wahrscheinlich gegen Donetsk gewinnen und das würde bedeuten, Real und Gladbach unentschieden. Beide sind weiter, wegen direkter Vergleich und so. Und das glaube ich aber auch nicht, dass es passieren wird. Ich glaube wirklich, dass Gladbach, ja, so leid es mir tut, am Ende mit nichts dastehen wird. Vielleicht Euroleague, aber sich nicht belohnen kann. Dafür spricht sehr viel. Nichtsdestotrotz, man könnte mal auf Tore schauen, denn beide, Gladbach kann nur offensiv eigentlich oder zumindest gut kontern. Und Real muss offensiv, denn nach dieser peinlichen Vorstellung wiederum bei Schacht ja Donetsk, wo sie dann 2-0 Niederlage kassiert haben, muss doch deren Ausrichtung sein. Wir müssen Tore, Tore, Tore schießen und uns jetzt nicht erstmal hinten reinstellen und zeigen, dass wir verteidigen können, oder, Radek? Ja, auf jeden Fall. Und es wäre ja eine nicht anzunehmende Katastrophe, dass Real Madrid nicht ins Achtelfinale der Champions League kommt. Daher müssen die alles dran setzen. Mehr als drei Tore bei einer Quote von 1,93 finde ich gut. Und gehe auch natürlich von einem Real-Sieg aus, hoffe, Gladbach kann es aber spannend machen. Im Endeffekt über drei Tore, glaube ich, kann jeder gut mitgehen, weil er sich auf ein Spiel mit Toren freut. Und dass hier jetzt taktiert wird und es ein knapper Sieg wird, kann sein, aber dass wenig Tore fallen, glaube ich, jetzt eher weniger. Und damit hätten wir nur noch die langweiligste Gruppe in dieser Champions League-Gruppenphase. Und da ist Man City ganz weit vorne, habe noch keine Niederlage. Letzte Woche gegen Porto dann mal ein Unentschieden gespielt. Ein Gegenteuer ist kassiert, zehn geschossen. Marseille ist noch im Rennen um die Euroleague, aber jetzt gegen City werden sie da bestimmt auch nicht so viel holen. Also hier könnte man bei beiden Spielen sagen, da werden wenig Tore fallen. Würde zumindest Sinn machen. Aber die Quotenverteilung, wir werden es jetzt gleich sehen, ist auch wieder gänzlich uninteressant. Weil für Marseille geht es um was, für Man City geht es um nichts. Und dann ist immer die Frage, was macht der Pep Guardiola, was machen seine Spieler? Ich enthalte mich hier, also keine Idee. Ja, macht irgendwo Sinn. Andererseits sollte ein Sieg von zwei Toren Vorsprung von Manchester City zu Hause gegen Marseille jederzeit möglich sein. Wenn jetzt nicht, ja, die halbe Mannschaft irgendwie keinen Bock hat. Ansonsten selbst mit, sagen wir, 60 Prozent der Stammformation sollte das eigentlich eine gute Wette sein. Die Quote mit 2,24 gefällt mir. Verstehe aber auch, dass das, wenn man wenig Motivation außerhalb ein paar Euro hat, auf die City sicher nicht angewiesen ist, ja, dann fällt es natürlich schwer. Und im anderen Spiel hingegen, Porto gegen Olympiacos, sehen wir hier Porto auch mit einer sehr hohen Quote, die dem FC Porto alles andere als gerecht wird. Denn die haben hier auch in dieser Champions-League-Saison bisher sehr gute Ergebnisse erzielt. Ja, und da kann man sagen, Piraeus, die müssen zwar punkten, haben aber auch nicht wirklich das Team, um jetzt hier irgendwen an die Wand zu spielen. Normalerweise werden sie auch weiterkommen, wegen einem direkten Vergleich. Haben ja im ersten Spiel gewonnen, beziehungsweise das bessere Torverhältnis. Das darf man nicht außer Acht lassen. Genau, die haben ja beide... Gegen Marseille. Ja, genau, aber Marseille, Porto, nee, Entschuldige. Piraeus hat ein Auswärtstor geschossen, also die sind so oder so weiter, da muss schon mit dem Teufel zugehen. Man könnte jetzt hier ein X2 auf Porto gehen, denn die sind an sich das bessere Team, haben eine gute Defensive, Piraeus hat keine gute Offensive und auch wenn ich jetzt nicht, so ehrlich muss man sein, mich mit den finanziellen Möglichkeiten von Porto auskenne, da ist wahrscheinlich so die ein oder andere Milönchen auf dem Konto entscheidender als bei ManCity. Definitiv, wobei der Ansatz von Porto ist ja ganz klar, Spieler entwickeln und für utopisch viel Geld an irgendwelche superreichen Vereine abzugeben, das ist ja auch sehr erfolgreich und nichtsdestotrotz Asian Handicap plus 0,5 auf Porto mit 2,11. Rein basierend auf den bisherigen Auftritten von Porto in der Champions League, eine Wette, die interessant ist. Damit Radex sind wir durch mit der Gruppenphase der Champions League, wir freuen uns auch auf einen geilen Mittwoch, wir danken für euren Support, eure Likes zahlreich, auch die vielen Kommentare, richtig, richtig geil und dann sehen wir uns schon wieder am Donnerstag zur Bundesliga-Vorschung. Bis dann!